Das erste Thema, das wir uns anschauen wollen bei der Analyse eines Luftpistolenschützen mit der SCAD Software, ist das Thema Halteruhe. Also die Frage, wie klein ist der Bereich, in dem jemand die Waffe ruhig halten kann? Und da schauen wir dann mal fünf Themen, fünf Bereiche, fünf Messwerte an, anhand derer ich glaube, dass man das erkennen kann. Ich habe eine Datei hier vorbereitet und anhand dieser Datei wollen wir da erste Schritte überprüfen. Das erste, was wir uns anschauen wollen, ist die Zeit, die wir dabei betrachten. Und zwar ist das die Zeitvorschussabgabe, eine Sekundevorschussabgabe, die sogenannte Kontrollzeit. Und die kann man hier rüber einstellen und dann sehen wir hier, Kontrollzeit ist eine Sekunde. Zusätzlich in der neueren Version von SCAD kann man auch die Kontrollzeit 2 noch mit dazu nehmen. Die wird uns aber nicht so interessieren. Und zwar die erste Größe, anhand derer wir das überprüfen können, ist die sogenannte Koordinationsgrafik. Die sehen wir hier oben. Ich habe hier Kontrollintervall 2 ausgeschaltet, das heißt, wir lehnen tatsächlich nur die letzte Sekunde. Und zwar hier unten haben wir die Zeitachse, die beginnt bei minus 1 und geht dann quasi hier bis zur Schussauslösung bei 0. Und auf der anderen Achse sehen wir den Schusswert, der getroffen worden wäre, hätte der Schütze zum jeweiligen Zeitpunkt ausgelöst. Allerdings muss man hierbei sagen, das richtet sich an den Mittelpunkt des Schusses aus. Das heißt also, das halbe Kaliber, das ja für das Erreichen des Schusswertes nötig wäre oder möglich wäre, das wird hier nicht berücksichtigt. Also das ist da, wo jeweils der Zielweg exakt in diesem Moment gestanden hat. Der Ringwert, der getroffen worden wäre, wäre ein wenig besser in der Realität. So, und das ist eine Grafik, die über alle gemessenen Schüsse zur Verfügung steht. Das heißt also, in unserem Fall hier liegen 40 Messwerte vor, 40 Schüsse und über alle Schüsse ist diese Grafik ermittelt worden. Das heißt also, bei minus einer Sekunde ist quasi der Mittelwert aller Koordinaten hier auf diesem Punkt, bei minus 0,9 Sekunden hier und so weiter und so weiter. Das heißt, wenn wir jetzt also eine Mittellinie über diesen Wert legen würden, so eine Art Trendlinie und schauen uns mal an, wo bewegt sich denn der Schütze in der letzten Sekunde. Wir gehen mal davon aus, dass er in dieser Sekunde in seinem Halteraum steht, unmittelbar sozusagen vor dem Auslösen, bereitet sich darauf vor. Das heißt, das ist durchaus ein repräsentativer Zeitraum für die Halteruhe. Und dann sehen wir hier, wenn wir hier da drüber gehen, das kann man gleich nochmal ein bisschen deutlicher auch mit einem Pfeil visualisieren, dann sieht man etwa hier so bei 9,4, 9,3, 9,4 schneidet die Grafik hier die entsprechenden Ringwerte. Also hier haben wir ein erstes Indiz, einen ersten Anhaltspunkt hinsichtlich der Halteraumgröße, die ich gerne mit Ringwerten angebe, wenn man sich das am leichtesten vorstellen kann. Wir würden also uns hier gedanklich merken, etwa 9,3, 9,4 hat der Schütze hier erreicht. Die zweite Möglichkeit, anhand derer wir eine Aussage über die Halteruhe machen können, ist, wenn ich mir anschaue, in welchem Ringwert hat denn der Schütze im jeweiligen Schuss die meiste Zeit verbracht. Wir beurteilen das auch wieder anhand der Kontrollzeit. Ich kann das an einem Beispiel hier oben am ersten Schuss mal zeigen. Wir wählen den aus, schalten hier auf den Zielweg um. Der Zielweg ist im Moment noch etwas groß. Ich kann den jetzt mit den Zahlentasten 1 bis 9 entsprechend groß machen. Wir fangen mal mit 1 an, sodass ich also auch die Annäherung an den Halteraum hier sehen kann. Das ist etwas zu groß. Mich interessiert nur die letzte Sekunde vor Schussauslösung. Die letzte Sekunde vor Schussauslösung, dann müssen wir das Ganze mal ein wenig vergrößern. Dann sehen wir hier, das ist die gelbe Linie und das ist die blaue Linie. Grün bedeutet, das ist dieser Teil, bevor die Kontrollzeit eine Sekunde erreicht wird. Sobald die Kontrollzeit eine Sekunde erreicht wird, wechselt die Farbe auf gelb. Und dann habe ich das für mich so eingestellt, dass in der letzten zehntel Sekunde vor Schussauslösung die Farbe auf blau wechselt. Und wenn wir uns das Ganze jetzt hier anschauen, dann sehen wir, dass die letzte Sekunde alle gelben Teile und alle blauen Teile innerhalb einer bestimmten Größe liegen. Und diese Größe, die interessiert mich, wo erreicht der Schütze hier einen Wert, der möglichst hoch ist. Und zwar interessiert mich das nicht real, denn das wäre ja beinhaltet mit Zielfehlern oder da würde möglicherweise auch eine Auslöseproblematik mit reinspielen, sondern mich interessiert eine idealisierte Betrachtung. Das heißt also, die möglichst frei von Auslösefehlern und die möglichst frei von Zielfehlern sind. Und da gibt uns die SCAT-Software einen guten Anhaltspunkt und zwar ist dieses Kreuz, das wir hier erkennen können. Dieses Kreuz ist der sogenannte Mittelpunkt des Zielens. Und dieser Mittelpunkt des Zielens gibt mir wieder der Bereich, um den sich der Schütze quasi in der letzten Sekunde bewegt hat. Da gehe ich davon aus, dass wenn dieser Punkt die Scheibenmitte wäre, also wenn das sozusagen exakt in der Mitte wäre und ich würde mir dann eine Betrachtung davon gehend anschauen, wie groß ist der Bereich, den er jetzt mit seiner Linie in der letzten Sekunde beschreibt, dann lässt das eine ganz gute Aussage über die Halteruhe zu. Die Software liefert uns dafür auch, sagen wir mal, Anhaltspunkte. Und zwar sind das in dieser Übersicht hier auf der gegenüberliegenden Liste hier oben, der sogenannte 9A0-Wert und der 10A0-Wert. Der 9A0-Wert ist relativ neu, den gibt es noch nicht so lange. Wer denn in seiner Software noch nicht sehen kann, der kann sich den hier oben über die Optionen verfügbar machen. Wir sehen also hier in der Einzelschussliste, kann ich mir anzeigen lassen, die Stabilität in 9.0 und die Stabilität in 10.0. Es kann auch zusätzlich noch angezeigt werden, 6.0. Das hat aus meiner Sicht keine große Aussagekraft. Und dann vielleicht für den Gewährbereich eher interessant, ist der 10.5-Wert. Uns interessiert der 9- und der 10er-Wert. Der Begriff Stabilität ist meiner Ansicht nach ein bisschen unglücklich gewählt in der deutschen Übersetzung. Ich würde hier die beiden Begriffe mit Haltequote, also idealer Haltequote annehmen. Und zwar 9A0 bedeutet die Prozentanzeige, wie hoch ist der Anteil meiner letzten Sekunde, in dem Halteraum 9 unter der Maßgabe, dass dieser Mittelpunkt des Zielens hier exakt in der Mitte wäre. Das heißt also, für diese Überlegung wird der Mittelpunkt des Zielens, da wo jetzt der Mauszeiger zu sehen ist, hier in die Scheibenmitte verschoben und entsprechend wird sozusagen der Zielweg mit verschoben. Und dann wird erst die Beurteilung vorgenommen. Das heißt also, hier habe ich keine Berücksichtigung eines etwaigen Zielfehlers und auch keine Berücksichtigung eines etwaigen Auslöseproblems. Der entsprechende Vergleichswert ohne diese, also die reale Aufenthaltsdauer, das ist der jeweilige Punktnullwert. Hier sehen wir aber schon in unserer Liste, den gibt es zwar zum 10A0-Wert, aber dummerweise und merkwürdigerweise nicht zum 10A0-Wert. Aber das trifft uns an der Frage der Beurteilung Halteraum nicht so hart, denn hier geht es ja nur darum, was erreicht denn der Schütze für eine durchschnittliche Aufenthaltsdauer über alle Schüsse betrachtet in der 9. Und hier sieht man, der Schütze kommt auf 98% Aufenthaltsdauer in der 9. Im Vergleichswert dazu kommt er bei 10A0 auf 81%. Das heißt also, in der letzten Sekunde steht er in einer idealisierten 10 etwa 81% und einer idealisierten 9 98%. Das heißt also, irgendwo dazwischen wird sich seine Halteraumgröße bewegen. Und wenn wir jetzt nochmal uns in Erinnerung rufen, dass wir bei der Koordinationsgrafik hier in etwa eine 9,3, 9,4 angenommen haben, dann könnten wir auch hier annehmen, dass irgendwo zwischen 9 und 10 sein Halteraum liegt. Bei welcher prozentualen Quote nun exakt genau sein Halteraum anzunehmen ist, das ist nicht so einfach zu beantworten. Ich habe dafür auch noch keine exakte Lösung. Ich arbeite mit Werten zwischen 90 und 95%. Man kann die fehlenden Werte, also zum Beispiel einen 9A0 Wert auf 9,1, 9,2, also auch auf die Zehntelwerte, kann man via Skript ausrechnen. Ich habe das gemacht und kann die Werte dazu auch mal zeigen. Die werden in eine Excel-Datei exportiert. Ich blende die hier mal ein. Hier sehen wir über alle Schüsse hier oben von 1 bis 40 die jeweiligen idealisierten Haltequoten auf die entsprechenden Ergebnisse runtergerechnet. Und hier sehen wir bei der 10, das ist der Wert, den wir auch hier aus der Übersicht kennen, hier unten bei der 10 kommt er auf 81%, hier noch mit Kommastellen ein bisschen höher und bei der 9 sind wir hier 98%. Interessant sind ja für uns auch nochmal die Werte dazwischen und dann sehen wir hier so bei 95% erreicht er einen Wert von 9,5. Dann der Größenordnung passt das ungefähr zu dem, was wir auch aus der Koordinationsgrafik bereits herausgelesen haben. Wie man diese Skripte anwendet, das werde ich in einem späteren Video da nochmal erklären. Hilfsweise kann ich irgendwo hier in der Mitte zwischen den beiden Werten 9A0 und 10A0 agieren und sage, das passt so ungefähr auch mit den übrigen Werten. Das dritte Maß, das ich für die Beurteilung der Halteruhe zur Rate ziehe, das ist der in der Schussliste hier nicht näher gekennzeichnete Wert. Warum auch immer, hier oben fehlt die Überschrift. Ich kenne den Begriff als sogenannten Z-Wert. Ich würde ihn aber gerne unter dem Begriff Abstandswert, Mittelpunkt des Zielens und Schusswert einführen. Wenn wir uns jetzt nochmal den ersten Schuss, den wir eben schon mal betrachtet haben, im Zielweg anschauen, dann sehen wir hier, das ist der Mittelpunkt des Zielens, also da, wo dieses Kreuzchen abgebildet wird. Und dann sehen wir hier die vom Scut erfasste reale Schussabgabe. Und wenn ich den Abstand zwischen dem Mittelpunkt des Zielens und dem Schusswert messe, dann komme ich auf die Werte, die hier in dieser namenlosen Spalte abgebildet sind. Das heißt also im ersten Schuss sind das 4,9. Das heißt der Abstand zwischen hier und hier sind 4,9 Millimeter auf der Scheibe. Jetzt greifen wir uns mal hier den Schuss Nummer 13 raus. Der weist einen höheren Wert aus von 14,9. Und dann sehen wir hier den Mittelpunkt des Zielens. Ziemlich mittig in der Scheibe, aber die tatsächliche Schussabgabe ist weiter oben. Ich würde erwarten, dass die Halteruhe hier auf diesen Wert gewissen Einfluss hat. Und zwar aus der Überlegung heraus, dass ein Schütze sich immer um den Bereich, auf den er gezielt hat, also unseren Mittelpunkt des Zielens, mit einer gewissen Schwankungsbandbreite bewegt. In alle möglichen Richtungen. Insofern könnte man aus dem Abstand zwischen dem Punkt, wo er hingezielt hat und dem, wo tatsächlich die Treffer landen, einen gewissen Rückschluss auf die Halteruhe ziehen. Wir müssen dabei allerdings berücksichtigen, dass die Trefferlage nicht nur von der Halteruhe beeinflusst wird, sondern natürlich auch von der Frage der Geschwindigkeit, mit dem der Schütze sich im Halteraum bewegt und natürlich insbesondere auch von der Frage, wie sein Auslösevorgang ist. Hat er einen optimalen Auslösevorgang, dann wird dieser die Position des Schusses nicht wesentlich beeinflussen. Kann aber auch gut sein, dass wenn er nicht optimal auslöst, dass der Auslösevorgang die Position des Schusses noch beeinflusst und aus seinem normalen Halteraumbereich vielleicht heraustreibt. Das heißt also, hier müsste man eine kleine statistische Betrachtung machen, sich die Messwerte, die einzelnen Messwerte, die uns das GATT-Programm hier liefert, mal statistisch beurteilen. Also wir sehen, wir haben einen Mittelwert von 6,8. Wenn der Schütze nach innen schwankt, also in Richtung Scheibenmitte, dann ist uns das für die Frage der Halteruhebeurteilung egal, weil dann werden die Schüsse besser. Für uns spannend ist ja die Frage, was ist, wenn er außerhalb schwankt. Also in der Mitte 6,8 mm, in etwa von dem Punkt, wo er hingezielt hat, landen die Schüsse. Jetzt würde ich aus statistischen Erwägungen heraus da noch einen kleinen Zuschlag geben. Und über die statistische Komponente tun wir uns am leichtesten, wenn wir die Standardabweichung ermitteln, also der Mittelwert seiner Schwankungsbandbreite. Und auch das habe ich vorbereitet und werde das gleich mal einblenden. Und dann sehen wir hier, in dieser Grafik habe ich nichts anderes gemacht, als die Werte zu übernehmen. Hier sehen wir den jeweiligen Schuss und dann sehen wir hier 4,9. Da habe ich die 4,9 übertragen, 6,6 und so weiter. Ganz am Ende sehen wir der Mittelwert 6,8. Das ist das, was das Programm uns schon liefert. Was uns das Programm nicht liefert, ist die Standardabweichung. Die Standardabweichung ist ein Maß dafür, wie weit die Messwerte um den Mittelwert schwanken. Wenn ich die doppelte Standardabweichung berücksichtige, dann bilde ich in etwa statistisch 95% aller Fälle damit ab. Das heißt also, da würden in etwa 5% nur außerhalb meines Bereiches liegen. Ich glaube, dass die Halteruhe kein absoluter Wert ist, sondern dass die Halteruhe durchaus auch gewissen Schwankungen unterliegt. Und dass es, sagen wir mal, die Halteruhe nicht wesentlich beeinflusst, eine grundsätzliche Aussage über die Halteruhe, wenn auch mal gewisse statistische Ausreißer vorhanden sind. Bei 95% hätten wir 5% statistische Ausreißer, 5% bei einem 40-Schuss-Wettkampfprogramm wären zwei Schüsse, also etwa jeder 20. Schuss. Und wenn wir davon ausgehen, dass die statistischen Ausreißer ja in beide Richtungen gehen, für uns die Ausreißer in Richtung Scheibenmitte keine Relevanz haben, dann hätten wir etwa jeden 40. Schuss, der statistisch außerhalb liegen würde. Ich denke, damit kann man das ganz gut abbilden. Das heißt also, doppelte Standardabweichung, also hier in unserem Falle die 4,5 mm, die ich errechnet habe. Das geht mit einer ganz simplen Excel-Funktion hier. Standardabweichung ist die Funktion, kann jeder mal selber ausprobieren. Dann verdopple ich das und zähle das quasi zum Mittelwert dazu und dann hätte ich in etwa 95% aller Schüsse abgedeckt. Und wenn wir jetzt mal schauen, dass also diese 15,8 mm, die sprechen in etwa einem Ringwert von 9,1. Und wie gesagt, im Hinterkopf behalten, dass also der Abstandswert auch noch davon beeinflusst wird, wie der Schütze auslösen kann. Das können wir nur schlecht rausrechnen. Und natürlich auch noch beeinflusst davon, dass plötzliche Zielkorrekturen, die plötzliche Korrekturen von Zielfehlern, auch in der letzten Sekunde noch stattfinden können. Können wir zumindest sagen, größenordnungsmäßig zu den bisherigen Einschätzungen, also 9,4 aus der Koordinationsgrafik, in etwa 9,5 aus der idealisierten Haltequote. Steht zumindest dieser Abstandswert, den wir hier haben, nicht im krassen Widerspruch dazu. 9,1 wäre immer noch in einem Bereich, der aus meiner Sicht akzeptabel wäre. Damit kommen wir zur vierten Größe. Die vierte Größe, da bin ich leider noch nicht imstande, wirklich exakt einen Ringwert vorherzusagen. Das ist eher ein sozusagen Plausibilitätswert. Und zwar geht es bei dem vierten Wert um die Geschwindigkeit, mit der der Schütze sich in der Kontrollzeit einer Sekunde bewegt. Und je schneller er sich hier bewegt, umso wahrscheinlicher ist es, dass er einen großen Halteraum hat. Und je langsamer er sich bewegt, umso eher spricht es dafür, dass er kleine, feine Bewegungen in dieser Phase vollführen kann, also eher einen kleineren Halteraum bekommt. Also hier kann man vielleicht mal als grobe Orientierung sagen, Werte unter 100. Wir finden den Wert hier übrigens wieder in Millimeter pro Sekunde. In älteren SCAD-Versionen ist der Wert noch gekennzeichnet als Längenwert, denn nichts anderes als die Länge dieses Zielwegs in der letzten Sekunde wird hier wiedergegeben. Und deswegen Millimeter pro Sekunde. Wenn ich mir die Sekunde weglasse, habe ich einen Längenwert. Aber der Aussagekraft ist die gleiche und auch die Größenordnung ist die gleiche. Das heißt also, hier bewegt der Schütze sich mit einer Geschwindigkeit von 82,3 mm pro Sekunde. Das heißt also, in der letzten Sekunde macht er im Mittel einen Weg von 82,3 mm. Größenordnungsmäßig 100 ist ein sehr guter Wert. Unter 100 ist also von der Größenordnung schon wirklich ein sehr, sehr guter Wert. 200 kann man sagen, ist noch im akzeptablen Bereich. 150 bis 200 ist gut. Oberhalb von 200 bis 250, das geht noch. Und dann, sagen wir mal, bei Geschwindigkeitswerten jenseits von 250 im Mittel dürften wir jetzt keine mehr so besonderen Leistungen unseres Schützen erwarten. Also wenn wir jetzt hier sehen, dass wir unseren Schützen bisher eingestuft haben mit 9,4 aus der Koordinationsgrafik, 9,5 aus der idealisierten Haltequote und 9,1 aus den statistischen Überlegungen beim Abstandswert zwischen Mittelpunkt des Zielens und Schussabgabe, würde das schon passen, wenn wir hier sehen 82,3. Das ist ein guter Wert, sogar ein sehr guter Wert. Das passt in etwa zu den Erkenntnissen, die wir bisher hatten. Als fünften Wert, auch eher ein Plausibilisierungswert, kann man verwenden aus der Gesamtinformation hier oben. Und zwar gibt es hier nochmal so Angaben, die sich sonst nicht mehr finden. Etwas begrifflich seltsam formuliert, und zwar die Stabilität des Zielens. Aus der deutschen Übersetzung, ja, es wird eine durchschnittliche Anzahl von Haltepunkten in einem definierten Zeitraum vor dem Schuss erfasst. Die Größe des Halteraums wird aus der Position der Punkte berechnet. Das ist nicht wirklich selbsterklärend. Und auch aus der englischen Version des Handbuchs wird man da nicht wirklich schlau. Letztlich wird hier verglichen alle Mittelpunkte des Zielens. Ich hatte ja vorhin schon gesagt, Schuss 1 hier oben sieht man, auf dem Zielweg, das ist der Mittelpunkt des Zielens. Und wir hatten hier diesen etwas außergewöhnlicheren Plus hier, der Nummer 13, auch Mittelpunkt des Zielens. Und diese Mittelpunkte des Zielens, die verteilen sich hier gleichmäßig im Halteraum. Und gemessen wird bei der Stabilität des Zielens, also bei diesem Wert hier, der Abstand zwischen den beiden am weitesten auseinanderliegenden Mittelpunkten des Zielens. Wenn wir uns hier oben die Grafik anschauen, dann sehen wir hier leider nicht die Mittelpunkt des Zielens, sondern die realen Schussabgaben. Vielleicht an der Stelle ein kleiner Trick, wie man diese Grafik hier größer bekommen kann. Ähnlich wie man in einem Browserfenster das größer scrollen kann, habe ich hier die Möglichkeit mit Steuerung und Maustaste das Ganze zu vergrößern. Mit Steuerung und dem Scrollraten. Dann sehen wir hier oben, haben wir die Schussabgaben. Das Kreuz, was übrigens hier zu sehen ist und was auch hier zu sehen ist in den Übersichtstrefferbildern, ist der Mittelpunkt der jeweiligen Trefferlagen. Die Mittelpunkt des Zielens sind nicht identisch hier mit diesem Punkt. Das heißt, es wird leider grafisch nicht verdeutlicht. Aber man kann zumindest mal unter der hypothetischen Annahme dies seien hier die Mittelpunkte des Zielens, sich die Grundüberlegung nochmal verdeutlichen. Also dann würde quasi dieser hier und dieser hier, wenn das die Mittelpunkte des Zielens wären, der Abstand zwischen diesen beiden gemessen. Und wenn wir davon ausgehen, dass also die Mittelpunkte des Zielens ja möglichst befreit sind von Auslösefehlern und grundsätzlichen Zielfehlern, also der Schritt wird nicht zwei völlig verschiedene Zielsituationen einbauen, jedenfalls meistens nicht, dann können wir davon ausgehen, dass wenn eben keine außergewöhnlichen Fehler vorliegen, dass wir aus der Stabilität des Zielens so eine Art Querschnitt über den Halteraum haben. Die 29,9 Millimeter, die der Schütze hier erreicht hat, die wären ja dann der Durchmesser dieses Halteraums, in dem er sich in etwa bewegen würde. Und wenn wir jetzt wieder daraus einen Ringwert ablesen wollten, schauen wir uns den Radius an und über den Radius können wir auch wieder eine ganz gute Aussage machen. Ich habe das auch hier mal nochmal übertragen, damit man das nochmal sieht. 29,9 Millimeter wäre dann also der Durchmesser, also quasi die am weitesten entfernten Mittelpunkte des Zielens. Und das wäre ein Radius von 15 Millimeter. Und der würde, so wie wir es auch im Abstandswert eben auch schon gemessen haben, da kamen wir auf einen Wert von 15,8. Hier ist es etwas besser, 15,0. Also auch hier wieder ein Ringwert etwa von 9,1. Das heißt also, auch diese Plausibilisierungsgröße passt in etwa zu den Erkenntnissen, die wir hatten. Wenn wir das also jetzt nochmal zusammenfassen, haben wir aus der Koordinationsgrafik, das war hier oben, in etwa 9,4 rausgelesen. Wir haben aus der idealisierten Haltequote, also 9a0, 10a0 Wert und dem möglicherweise via Skript noch etwas näher spezifizierten Wert ungefähr auch 9,5 herauslösen können. Also 9,4, 9,5. Dann haben wir uns den Abstandswert hier angeschaut und haben überlegt, dass wir aus dem Mittelwert plus der doppelten Standardabweichung nochmal eine Aussage über den Haltraum treffen können, kamen da etwa auf 9,1. Dann haben wir uns die Geschwindigkeit angeschaut und gesagt, okay, der Schützer hat hier unter 100. Das passt in etwa zu den übrigen Werten. Und haben uns final dann nochmal die Stabilität des Zielens angeschaut. Und aus der Stabilität des Zielens sind auch keine Auffälligkeiten entstanden, die unserer bisherigen Einschätzung widersprechen würden. Um 29,9 etwa die Größe des Halteraums, davon die Hälfte zur Beurteilung des Ringwertes herangezogen, gibt etwa die gleiche Aussage. Das heißt also, wir würden bei unserem Schützen, ohne dass wir uns jetzt hier allzu detailliert irgendeine Einzelgrafik angeschaut haben, eine Aussage treffen können, der Halteraum liegt in etwa in dem Bereich zwischen 9,1 und 9,5. Das müsste man mit mehreren Messungen vielleicht nochmal verproben und dann endgültig vielleicht nach drei, vier oder fünf Messungen eine Aussage treffen zu können, liegt es jetzt eher bei 9,1 oder eher bei 9,5. Über die Aussage der Halteraumgröße lässt sich letztlich eine Prognose treffen, zu welchen Leistungen der Schütze grundsätzlich imstande wäre. Die Halteruhe ist eine leistungsbegrenzende, leistungslimitierende Größe und insofern wäre es spannend, jetzt eine Aussage treffen zu können, wer einen Halteraum in der Größe einer 9 hat, der trifft ein Ergebnis von x. Da ist eine statistische Aussage bestimmt möglich, nach meiner Erfahrung, 9er Halteraum in etwa 370 bis 374 Ringe. Das kann ich aber noch nicht exakt auf eine mathematische Methode zurückführen. Eine statistische Aussage, wenn sich da jemand zu berufen fühlt, wie sich die Schüsse gleichmäßig im Halteraum verteilen könnten, ist gerne willkommen, vielleicht passt das ja auch zu meinen Erfahrungswerten. Dann darf ich an der Stelle schon mal vielen Dank sagen fürs Zuschauen und viel Spaß dann beim nächsten Video.